Oh, ja, ja, ich weiß, was jetzt kommt. Scheiße. Hallo. Oh, ja, ich weiß. Oh. So, mal kurz reingescheppert in die Bude hier. Die Kiste beugt sich auch, mein Willen. Da kannst du aber einen drauf lassen. So. Aha. Zack, rein damit. Raketenzielerfassung ist am Stissel. Und können wir auch gleich mal ausprobieren. Man kann hier Laser anmachen. Okay. Das ist krass. Ähm. Okay. Alles klar. Okay. Ich bin maximal drauf, es ist nichts passiert. Okay, nochmal nade droppen, nade droppen. Kurz reinscheppern lassen in die Bude. Okay. Hier. Aufnehmen. Zack. Ich hab mal gedacht, die verstecken mich da hinter dem Fels. Und auf einmal, keine Ahnung, explodiert alles. Ich werde automatisch irgendwie hier nach hinten geschoben. Keine Ahnung. Erster Treffer. Mal kurz speichern. auf. Das war's für heute. Das war's für heute. Und der Helikopter hat einfach nicht... Hat er jetzt einfach nicht mehr auf mich geschossen? Hat er... Weiß ich nicht, weil der hat die ganze Zeit so in die Richtung geguckt. Äh... Hat er jetzt einfach nicht gecheckt, wo ich bin? Oder wie war das? Ich versteh grad nicht, was da abgegangen ist, aber... Mir soll's recht sein. Wir haben kaum Damage bekommen. Vorhin haben wir das Ding, äh... Fast leer gesaugt. Jetzt hat er nix. Gar nix. So, Raketen. Das sind ja Raketenwerfer jetzt, äh... 5 Millionen Waffen hier drin. So, da qualmt's. Da liegt er. Ja. Würde ich mal sagen. Ist ja nicht so gut gelaufen, ne? Dann wollen wir gleich mal wieder speichern. Alter Schwede. Krasser Ausblick hier. Dumme Drecksviecher. Ich falle noch die ganze Zeit Steine runter, ne? Ah! Yo! Oha! Ja, einfach mal... ...alles in die Luft gesprengt, würde ich sagen. Wow! Okay. Alles gut. Speichern. Ja Wenn es nur wenigstens eine wirkliche Bedrohung wäre Ja, gerade wenn ich mich wieder anders hinsetzen will Jetzt matscht es wieder schon schön Oh, Ladedaten Okay Durch den Ladebildschirm Speichern wir einen Quicksafe Und dann gehen wir durch das Rohr Und klettern hier empor Da liegt Energie Wir sind auf 100% Das heißt gleich wird uns wieder irgendwas fett penetrieren So Näher könnte ganz und gar nicht hier sein Ich bin nicht da Ich bin nicht da Natürlich hast du überlebt weißt du Da ist ein Panzer, hallo Da muss ich jetzt aber mal ganz dringend los No, 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 no Ich bin da So Selbst der Panzer Der hier gegen eine Wand schießt Selbst der Der hat Der hat keine Keine Freude an mir Digga, ich habe einen Raketenwerfer Leg dich nicht mit mir an Du ziehst den Kürzeren Da kannst du nichts gegen machen Oh schade Ich dachte das Auto wird jetzt getrascht Oh Raketen Medik Funktioniert super Ich back fest Wegen dem scheiß Scheinwerfer So Knarre raus Es sind bestimmt noch welche da Natürlich So So der eine hier ist ja maximal geistig verwirrt gewesen Der hat ja gar nicht gewusst wo oben und unten ist Umso besser für mich First Aid Du hier oben möchte ich aber auch nicht gern Gegen den Panzer feiten Aua So gucken wir hier nochmal schnell rein Da ist maximal nix Dann gehen wir weiter Dann gehen wir weiter Die 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 Gut der ballert hier gegen den LKW Stellt sich dann auch noch so schön hin Dass ich genau vorne drauf schießen kann Nach zwei Raketen ist er eh down Okay kann man wieder bekommen Raketen Oh Energie Nochmal Energie Knarre wieder raus Ja siehst du Du Dreckser Da hat er gerade auch den Granatenwerfer benutzt Wo Hä Ach da hinterm Berg Ist er Ich bin ein sehr unsicherer Schütze Wie man sieht Ich bin ein sehr unsicherer Schütze Hm, sind nicht schlecht, die Köfer. Nicht schlecht, muss ich sagen. Nicht schlecht. Okay, schnell nochmal hier ein bisschen umsehen, ob hier irgendwas ist. Nö, hier ist nix. Wir nehmen hier das Medic und die Muni nochmal mit. Nachgeladen ist auch. So, Aufnahme läuft auch wieder stabil jetzt mit 60. Das hat sich alles wieder eingebalanced. Wenn hier so verdächtig die Wand offen steht und da die Tür komplett zu ist, dann... Ja, wissen wir schon Bescheid. Granaten. Jetzt kommt... Ja, hä? Hä? Ich kann ja irgendwie schon die Ladebildschirme predikten, ne? Äh. Hm, okay. Was? Cool? Cool? Okay. Let's go. Okay. 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 Hm 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 hm. Hier liegt einfach mal random ne Batterie rum. Ist auch okay. Puh. Gut. Na dann. Fünfzehn Granaten, okay. Hier. Okay. Okay. Ich muss mal die ganzen Minen hier wegräumen Brauchst du nur einmal draufschießen und sonst sind alle weg wollte ich sagen Aber krieg ich erstmal Damage Ich hab's denn weggenommen Hey Hallo, hörst du auf? So, da kenn ich nix Ich wollte eigentlich das aufheben und das dem geben So hinlegen, weißt du? Dann hebe ich es einfach selber auf Ja, der Freeman, man kennt ihn, ne? Denkst du immer erst Nicht an die anderen Das ist zu Ich dachte gerade, wir müssen hier durch So ganz Sneaky peeky unten durch Und denn durch Crouchen, aber Ne Das sah jetzt für mich So aus, als ob hier unten so ein Spalt aufhört Aber, ne So, fünf sind die Granaten So aus, als ob hier unten wie ein Ravi Au Da war noch eine über High Voltage Hört sich auch da noch an Hier ist nochmal eine Tür Da kriegen wir nochmal ein paar Sachen Hä Hab ich's doch gewusst Du kleiner Schlawiner da oben Was ist denn da gerade umeinander Rotiert Was ist denn da geflogen Eu 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 Gar nicht gut Aaaaa so 10.000 volts danger schalten wir erstmal ab ok